Hallo Leute, Entschuldigung, es geht weiter und das ist der letzte Part für heute. Also ich habe diese Dungeon da kurz gemacht, ich habe nichts besonderes bekommen, wie immer. Und dann bin ich noch kurz zu der Tür gegangen, wo man diese vier Elemente benutzen sollte. Ich habe ausprobiert, das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wieso das nicht funktioniert, aber es funktioniert halt nicht. So ist es jetzt halt und man kann nichts dagegen machen. Ähm, ich tätige alle Schalter. Okay. Kein Problem. Wenn das alles ist. Ähm. Fick dich. Okay. Ach. So. So. Boah, wie lange habe ich dafür denn Zeit? Okay. Warte. Ja, ich mache den jetzt nach unten. Ach, ich hasse es immer. Ich hasse es immer, dass er so stecken bleibt. Oder man nicht richtig ziehen kann. Okay, jetzt hat er das gepackt. Super. Verdammt. Boah, mach mal schneller, du Unfähiger. So einen Riesenhammer kannst du locker hochheben, aber so einen Stein ist klar, kannst du nicht. Ach, dieses Spiel ist unlogisch. Ach, dieses Spiel ist unlogisch. Aber was soll man machen? Okay. Ich brauche den Stein nicht. Ich gehe einfach jetzt rauf und ich habe es geschafft. So einfach geht's auch. Ne, 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 ne. Start, äh, nein. Statue nicht zusammenbringen, mache ich nicht. Dauert mir etwas zu lange. Deswegen mache ich einfach weiter. Schalter. Geschafft. Ähm, ja. Warte, gibt es noch einen Raum? Ah, das fällt nur Sand runter. Okay. Okay, ich dachte, da kommt irgendwas. Ich gehe jetzt mal dieser Tür rein, weil man bei dieser anderen Tür sowieso nicht rein kann. Betätige alle Schalter. Alle Seile durchtrennen. Ähm. Okay. So. Verdammt. Das wollte ich nicht, aber ich habe es jetzt bekommen. Okay, Waffen. Geschoss. Hier. Boah. Hier. Ich muss jetzt so wieder zu der Mumie. Verdammt nochmal. Die hat ja das Feuer Dings, was ich hier gegeben habe und Toter. Feuer Dings, komm her. Ach, kommst du jetzt? Ja gut, so. Die Unbesieg... Unbesiegbarkeit mache ich auch noch bei dir weg, du Fettkopf. Werdst du noch sehen. Du wirst schon sehen, was ich mit deiner Unbesiegbarkeit mache. Ich schiebe mir so doll in den Arsch, oder werf ich das rauspusten. So. So, das haben wir jetzt auch geschafft. Ähm. Verdammt. Okay, komm. So. Okay. Verdammt. Ich muss mir das richtig ausrüsten. Ach, verdammt. Ich hasse sowas. So unkontrolliert ist das dann. Waffengeschoss. Okay, jetzt so. Äh. Okay. Verdammt. Ich werde es noch schaffen. Waffengeschoss. So. Okay, komm. Fick dich doch ins Knie. Okay, komm. Alle seien durchtrennen, ist mir egal. Warte mal, ich habe da eine Idee. Probier ich das mal aus. Waffen. Hammer. Ich glaube, er bleibt stehen, wenn ich gegen ein Seil komme. Kann das sein? Das werde ich mal ausprobieren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ähm. Hallo? Ach, fick dich doch. Boah. Mann. Warum muss ich reinkacken hier? Ähm. Das war dämlich. Das war Dämlichkeit pur. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Geschoss. Geschoss. Waffen. So. Ausrüsten. Dankeschön. Und. Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Waffen. Hammer. Das hier. Ähm. Und. Jetzt gegen das hier. Fliegen. Okay, super. Super duper. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Das haben wir doch geschafft. Das ist doch jetzt geklärt, oder? Oder, Leute? Das haben wir jetzt geschafft. Okay, komm. Komm doch. Geschafft. So leicht geht's auch, aber nein. Ich brauch' ein bisschen länger als andere. Ach, so ist es halt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich hab' reingekackt. Hammer. Silke haben ja den Hammer bekommen, aber trotzdem ist es unlogisch, dass man mit so einem Riesenhammer wegfliegen kann. Das haben wir jetzt. Ähm. Okay. Mehr als 20 Vollis. Verdammt, wie weit soll das noch gehen hier? Ah, alter Kumpel, wie geht's dir denn? Dich werde ich jetzt doch gleich schnell umbringen. Waffen. Schwert. Ja. Na ganz kurz im Prozess machen mit ihm. Das ist ganz schnell geklärt, dies. Wo bist du denn, alter Kumpel? So, so. Ähm. Okay. Da hab' ich mich etwas überschätzt, aber jetzt bring' ich ihn doch um. Kämpfe mit Arvanium-Waffen. Was sind das für Teile? Arvanium, Karnium. Und noch irgendwelche anderen Teile, die hier noch gibt's. So. Okay. Verdammt. Okay, komm. Jetzt bist du weg. Oder, Leute? Oder? Er ist doch weg. Er ist weg. Er ist weg. Jetzt. Ah, der wollte mich angreifen. Das passt. Da bin ich etwas zu früh gekommen für ihn. So. 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 Und so. Weil's so Spaß macht. Kommt noch einer von denen? Ja. Es kommt noch einer. So. Okay. Okay, das ist doch ein ganz schneller Kampf für uns. So. Ich hab' gewonnen. Ja, ich hab' gewonnen. Nee. Ich kriege was? Bronze. Okay. Das geht ja noch. Stufeanstieg. Ja, Stufe ist gestiegen. Was bringt mir das eigentlich am Ende, wenn ich das jetzt hoch habe, diese Stufe? Hm, okay. Yeah. Ich geh' mal jetzt da hin. Blitzmeldung. Immer noch unbekannt. Okay, jetzt müssen wir noch dieses Riesenviech wieder besuchen. Riesige Kreatur, schon wieder im Lago de Verano gesichtet. Einzelheiten immer noch unbekannt. Ja, okay. Okay. Hier tätige alle Schalter. Verdammt. Ähm. Hallo? Habt ihr keine Hobbys oder was los? Hä? Was sind solche Hobbylosen, Leute? Geschoss. So. Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Karte brauche ich hier an diesem verfickten Spiel. Ach, fick dich. Wo bin ich jetzt? Mann, das wollte ich doch nicht. Ach, leck mich doch. Nein. Hier vielleicht? Okay, ein Bug. Hä? Okay. Ich geh' jetzt mal hoch und geh' mal in diesen Weg hier. Wo lande ich jetzt? Wollte ich das? Das ist die bessere Frage. Nö, 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 nö. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Irgendwie. Okay, den Schalter haben wir doch hundertprozentig geschafft, oder? Okay, da geht's nicht. Okay, den Schalter haben wir. Jetzt brauche ich den anderen Schalter noch. Fick dich ins Knie, du... Boah, du primaten Arschloch. Ach, verdammt. Okay, so. So, 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 so. Okay. Wie komm' ich zu diesen anderen Höhlen? Das ist die bessere Frage. Hier rein vielleicht? Oh! Ich komme da raus. Super! Aber soll's mir bringen? Oh, fick dich. Ähm, ja. Oh, irgendwie hab ich das geschafft. Okay, wenn das so leicht ist, dann versuche ich das doch gleich nochmal. Warte, wo war das jetzt? Hast du da? Ach! Mann! Okay, jetzt fingerspitzengefühl. Geschafft. Oh, du... Leck mich durch, jetzt ist es geschafft. Ah, jetzt schaff ich das nicht mehr. Wegen dieser verfickten Missgeburt hier. Boah. Okay. Bis gleich. Verdammt, ich hab keinen Stopp gemacht. Wartet. Okay, ich hab's geschafft. Ach, diese verfickte Scheiße, hab ich's geschafft. Ich musste das lange Schwert hier benutzen, um hier weiterzukommen. Ja, so ist es halt. Entschuldigung. Äh, ich dachte, ihr habt Brause gemacht, um das jetzt schnellst für euch zu machen, ohne dass ihr es sehen müsst. Na, dann hab ich das entdeckt, dass es weitergeht. Hm. Okay. Ähm, welcher Weg war das jetzt? Ach, nicht den jetzt nach oben. Oder, warte, da gab's noch einen anderen Weg nach links. Vielleicht ist das da auch der richtige. Ähm, nein. Nein, okay, jetzt hoch hier. Ich guck mal, ob das der richtige Weg ist. Wenn nicht, dann geh ich den anderen. Ähm, okay, das sagt schon irgendwas, dass hier irgendwas ist. Irgendwas Böses. Ähm. Leckt mich. Ja, leckt mich am Arsch. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal, Leute. Das ist doch ein Witz. Das ist doch kein... Boah, Waffengeschoss. Hier. Boah, leckt mich doch. Ach, fick dich doch ins Knie. Okay, haben wir geschafft. Ähm, wo ist der andere noch? Okay, hier waren wir. Ähm, okay. Das schaffe ich doch in diesem Video, oder? Verdammt. Oh, scheiße. So. So. Ach, wir sehen uns.